so hallo wir machen doch noch mal weiter bei eine folge mario maker denn jetzt gab es natürlich wieder ganz viele videos zum gucken zu diesem mario 35 waren ich habe mir das von panga angeschaut das hat mir schon gereicht um hier noch mal rein zu gehen also wie kommt man denn auf diesen weg schaut euch das jetzt mal an das muss jetzt erstmal wieder umgesetzt werden aber ich will das zeigen ich will euch den welt rekord weg zeigen das ist unglaublich und ich will euch die röhre zeigen es gibt tatsächlich einen weg in diese röhre zu kommen also das ist natürlich nicht der welt rekord weg ich möchte nur also das sind schon der welt rekord weg aber ich gehe den langsam mann so wenn man geht als erstes mp switch den drückt man und dann geht man hier unten lang hier unten lang und hier hoch hier ist ein stern drin wenn man den er das war jetzt nix wenn man den stern hat dann kann man hier ganz einfach durch wenn man nicht komplett dumm ist und dann geht man hier oben denn wir ja dann geht man hier oben nämlich den weg also da oben geht man mit dem stern dann nämlich lang war dann kann man hier nämlich alles einfach durch rennen und dann kommt man sehr schnell nach hinten wenn man den stern dann mal hat das ist in sehen das ist absolut in sehen und ich merke jetzt wie schwierig diese umsetzung wird weil du überall halt stecken bleibst ja überall halt stecken bleibst panker nutzt auch direkt dieses ding hier als kleinen speed boost und ich komme nicht mal den speed boost dran und glaubt ah mein gott unglaublich ok jetzt sind wir hier durch das brauche ich jetzt ist der stern natürlich weg ich muss jetzt mal üben von hier den sprung so zu setzen dass ich an das ding okay so in etwa oje aber wie kommt man da oben an das teil daran das ist ja um der macht so einen etwas größeren sprung und kann dann mit dem ding hier aber ich komme da gar nicht ran so ich berührt es nicht mal und er berührt halt einfach so weil weil das kann online jetzt bin ich wieder da oben lang gelaufen war boah 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 ist das krass aber alleine diesen stern zu finden ja so so macht er das irgendwie so und dann dann kann er hier unten gleich durch ok ich habe den zweiten sprung irgendwie nicht angesetzt jetzt habe ich es wieder nicht erwischt oh mein gott es ist es also den den welt rekord weg hier zu gehen ist wirklich okay jetzt habe ich wieder erwischt aber dann dann verreck ich hier ja ich sollte nicht ich sollte einfach mal den weg normal versuchen abzuordnen kann normal abzulaufen ja komm ich sag so jetzt den stern auslösen langsam entlang hier machen wir es halt so machen wir es halt so ist der sichere weg und jetzt kann ich nämlich nein jetzt bin ich wieder unten ja oben lang und jetzt kann ich nämlich oben lang und es ist alles easy dann kann man hier getroffen werden kann sich hier durch die dinger haben naja jetzt aber das wäre so in etwa der weg das ist in etwa der weg der zu einer zeit von 20 sekunden führt wenn man ihnen ordentlich durchführt was ich nicht kann aber ihr seht die theorie ihr seht die theorie oh mein gott das wäre so gut gewesen wenn ich gecheckt hätte dass es funktioniert es ist so schwierig umzusetzen da muss es erst mal finden und dann auch noch umsetzen also unglaublich das hinzubekommen unfassbar aber wie gesagt ich will euch auf jeden fall in dem video auch noch den die idee die röhre zeigen das ist nämlich auch ein ganz man das nämlich auch ein ganz cooles secret warum bin ich so schlecht also wenn ich über den blog laufe erwische ich den ding war scheinbar ganz gut okay gut so zack 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 er hüpft doch weiter und jetzt einfach hier lang und dann hier und dann oben lang viel zu langsam man das ist so schwierig zu koordinieren das alles perfekt zu treffen das hätte ich gar nicht gedacht aber wenn man es dann selber spielt ist es natürlich wieder ganz anders ich meine den weg habt ihr jetzt gesehen den weg habt ihr jetzt gesehen aber ja ach komm egal wir machen weiter noch ist nichts vorbei gibt alles noch ist alles noch ist alles noch ist alles noch drin wollte ich sagen und dann war doch nichts mehr drin und dann war doch nichts mehr drin mehr dann halt nicht es ist so unglaublich so den weg versuchen nachzuspielen aber wer ist einfach diesen weg zu laufen hätte ja jeder den welt rekord es ist ja ist ja klar ich würde so interessieren ob ich auf die ob ich auf dem weg meine zeit verbessern kann mehr will ich gott mehr will ich doch gar nicht wissen wie oft will ich noch an diesem verfluchten kummer sterben jetzt laufen jetzt lassen wir den sprung da am anfang ich laufe einfach durch das geht sogar das geht ja das war nicht was ich wollte dass man nicht was ich wollte den brauchen wir gleich den pilz den brauchen wir dann für die röhre aber ich komme ja so durch das ist ja viel schneller jetzt mit den stern jetzt daran jetzt ab dafür ja nein es ist dann so schwierig da oben noch zu bleiben aber jetzt haben wir den guten anfang der anfang ist ja voll okay so wieso ist das wirklich schneller über das ding dann zu hüpfen mit dem wo man einen kleinen speed boost kriegt ja wahrscheinlich ist es ein ticken schneller wieder aber das ist ja dann der sichere weg für mich oh mein gott der anfang ist safe der anfang ist safe sehr schön nein muss da hoch muss da hoch jetzt habe ich natürlich das problem ja ja war schlecht es ist eine deutlich schlechtere zeit weil ich es halt nicht schaffe mit dem sternweg da oben konstant zu also gut zu laufen würde man den sternweg da oben jetzt noch sinnvoll laufen dann wäre das drin aber so ist das halt nicht drin ich muss es also schaffen das ist jetzt noch das nächste ziel ich muss es also schaffen nein ich muss es also schaffen diesen wenn ich den stern habe dann da oben lang gut zu kommen so dann ist alles okay ob man wieso hüpfe ich denn da immer rein das ist gar nicht so einfach ach was war das denn jetzt wieder ja komm ist egal aber lieber bleibe ich an dem ding kurz hängen als dass ich wieder runterfalle wie mache ich denn das dass ich die lücke ich bin doch jetzt öfter auch in die lücke einfach reingekommen warum klappt das denn nicht immer warum ist das spiel gemein oh oh ich laufe da überhaupt okay ich okay die kleine millisekunden können wir können das kann das spiel behalten wenn ich dafür da einfach rein komme gold oh ja oh ja sehr gut ich brauche ja nur online ja das war wieder komplett an der stelle ich brauche ja nur so ein paar leichte möglichkeiten die ich auch umgesetzt bekommen und wenn ich hier wenn ich hier einfach rein gedrückt werde dann ist ja das auch schon wieder das problem gelöst sehr gut so jetzt muss ich hier halt noch den weg finden ja nein jetzt ist halt der jetzt läuft der stern halt wieder vorher aus ja das ist halt kacke der darf halt nicht vorher auslaufen aber das ist ja voll gut dass wir da rein ja das ist okay wenn er da rein springt ist es war ist mein problem hier am anfang schon mal komplett gelöst zack sehr schön nein da muss ich da aber ein bisschen schneller an den stern rankommen nein 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 ah das muss halt dumm das ist quatsch das ist quatsch es ist völliger quatsch das ist gut bleib oben bleib oben halten 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 nein nicht darunter fallen an der stelle ich brauche ich brauche den schwung ich brauche doch den schwung noch aber das war schon besser nein so nicht aber so ist es doch eigentlich okay es könnte noch okay sein bin mir nicht sicher jetzt wird schon kritisch weil jetzt muss ich ah Mist ja dann den Haken vernünftig erwischen ich kann halt nicht den perfekten Weg laufen ich brauche so eine idiotensichere Route ach scheiße ich brauche so eine idiotensichere Route die muss ich finden die dann ähnlich wie der Weg ist aber eben nicht perfekt so wie hier zum Beispiel da mache ich nen Abflug bäm 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 na 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 aah das ist jetzt halt schon wieder dumm aber im Prinzip so so muss es dann theoretisch durchlaufen ne und dann hier ja irgendwie so und dann da noch über diese Haken kommen aber ich sehe schon zeittechnisch so viel Zeit gewinne ich gar nicht weil ich einfach viel zu schlecht halt spiele trotz dass ich diese Route ablaufe ich gewinne keine Zeit ach ich gewinne einfach keine Zeit ne das haut nicht hin he 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 aber es ist eine interessante Route eine die ich halt nie gesehen hätte ach was tue ich denn eine Route die ich halt nie gesehen hätte never ever keine Chance weil man halt gar nicht weiß dass das so ein Stern einfach ist nein machen wir es so machen wir es so scheiß drauf nein ach jetzt bin ich vielleicht hier hängen geblieben schade aber stimmt man könnte auch da oben rum noch laufen na weil jetzt hast du gesehen das wäre wieder die idiotensichere Route vielleicht anstatt über die Haken zu gehen na man anstatt über die Haken zu gehen wäre das vielleicht wirklich besser dann ist da auch kein Haken anders sein und die Röhre hier ist übrigens die Röhre da ah da hilft mir der Superpilz gar nicht ich wollte gerade sagen die Röhre da ist übrigens die Röhre zum Geheimraum wait wie komm ich denn da rein oh das ist ja richtig mit Arbeit verbunden ah man jetzt läuft der gerade aus der Flaumendeckel da ja nice oh das war gut das war nicht gut oh nein das hätte oh nein das hätte jetzt so gut werden können oh man das hätte jetzt so gut werden können wieso musste ich es versauen ach hätte man das war das war der Sprung den ich gesucht habe man man so doof so doof ja vielleicht springen wir einfach nicht so also wird es nix alle gemein zu mir hier wieso sprengst du nicht Gott Wieso springst du zu hoch okay okay alles noch gut alles noch gut alles noch gut jetzt habe ich jetzt bleibe ich wieder hängen ich kotze ja genau hey Ja, super. Ey, wenn der Weg jetzt gut ist und ich am Anfang jetzt Zeit verloren habe, ne, dann ist es aber gleich Feierabend hier. Ich mache das dann immer falsch. Ich muss da stoppen ein bisschen, dass ich über die Pflanze komme. Der Anfang läuft ja schon gar nicht mehr so schlecht. Oh, jetzt hier hoch, jetzt hier hoch, jetzt hier hoch, jetzt hier hoch. Sehr schön. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Jetzt nicht mehr. Ich hasse diese, dass die überall sein müssen. Ich meine, klar, für den Autoding müssen die sein. Aber für den Speedrun, oh Gott, ey. Naja. Minimal besser meine Zeit. Ach, lassen wir es dabei. Es wird nicht besser. Ich, das dauert zu lange, da hat es eine wirklich gute Zeit aufzubauen. Es dauert zu lange, da eine wirklich gute Zeit aufzubauen. Aber es ist, äh, es ist schon, ist schon insane. Es ist schon insane, was hier möglich ist. So, ich wollte euch den, den Geheimdings noch zeigen. Es ist, es ist insane. Es ist einfach insane. So, ähm, ja, für das Geheimdings müssen wir hier, hier reinkommen. Wait. Oh. Wait a moment. Ich muss kurz was probieren. Ach, ich muss kurz, sorry, ich muss kurz was probieren. Also, die Zeit muss ich jetzt nochmal nehmen. Ah, Mann. Ich will was ausprobieren, lass mich da jetzt durch. Versuch nicht, mich aufzuhalten. Du wirst es bereuen. Ah, das läuft zu schnell aus. Okay. Es war eine Idee. Es war eine Idee. Es geht bestimmt auch irgendwie, aber muss jetzt nicht sein. Oh. Also, wir brauchen das Clown-Car. Verstanden. Dann machen wir hier trotzdem jetzt schon mal die Münzen, den Weg hier frei. Dass wir hier nicht nachher komplett alles durchschießen müssen. So. Jetzt ab zum Clown-Car. So. So. Ich habe es leider jetzt ja schon gesehen, was hier drin ist. Insofern kann ich es nicht überrascht spielen, aber es ist ganz cool gemacht. Es ist im Prinzip nochmal eine Autosektion. Bäm! Und das war es. Also die Ideen hier in dem Level sind schon cool. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Oh Gott, was tue ich denn hier? Yikes! Okay. Machen wir noch einen Versuch? Einen Versuch machen wir noch. Ah! Geht schon wieder los. Das ist mein bester Versuch bisher. Alles klar. Gut. Noch mal ein bisschen verbessert. Aber ihr seht, auf die Art und Weise kann man wirklich sehr weit runter noch kommen. Wenn man das wirklich gut alles durchführt, ist da viel, viel möglich. Okay. Danke fürs Zuschauen. Das war nochmal ein paar zum Ninji-Level. Jetzt lassen wir es mit dem Ninji-Level. Und nächstes Mal gibt es dann auch Hyrule Warriors, diesmal wirklich. Ich kann es ja schon mal starten. Kann ich es überhaupt schon starten? Oder muss ich da erst was runterladen? Und checkt ihr jetzt, dass wir Demo-Daten haben? Wie ist denn das? Ah! Ah! Ja! Ja! Hier! Das war es schon. Ja, easy. Ja, hervorragend. Dann geht es hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.